dass sich oft einfach Kritik hier am Kapitalismus geübt wird und der Kapitalismus grundsätzlich als das Problem gesehen wird. Zum Beispiel hier mal eingeblendet vom Spiegel, Spiegel Wirtschaft, ihr seht das Coverbild jetzt hier und dann mit dem Titel Hatte Marx doch recht? Der klassische Kapitalismus funktioniert nicht mehr, aber angetrieben von immer neuen Weltkrisen und einem drohenden Klimakollaps zeichnen sich konkrete Reformideen ab. Weniger Wachstum, mehr staatliche Zielvorgaben. Das ist die Titel-Story gewesen vom Spiegel, mit dem Untertitel hier Grüner und Gerechter und da hat sich auch beispielsweise eine langjährige Journalistin bei der TAZ 2022 folgendermaßen geäußert bei einer Veranstaltung. Klimaschutz bedeutet, dass man sich vom Kapitalismus verabschieden muss. Was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. Man muss sich klar machen, dass Klimaschutz den totalen Umbau bedeutet. So und wenn man das verstanden hat, dass die Ökoenergie knapp bleiben wird, dann ist klar, dass es das grüne Wachstum nicht geben wird, sondern was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. Grünes Schrumpfen lässt sich nicht verbinden mit